Die Überraschung, Platz 1 ging an die Amerikaner. Da sehen wir nochmal die Enttäuschung im Gesicht von Franco Formica. Tja, also die Amerikaner, Kocki. Zagoritschenko haben die Samba gewonnen. Und jetzt geht's weiter mit der Rumba. Es fragt sich nur, wie geht es weiter? Werden die Deutschen hier mit der Nummer 54 die Enttäuschung, den Samba verloren zu haben, wegstecken? Werden sie noch genug Kondition haben? Schauen wir uns die Rumba an. Auch Malitowski, Leunis, auch diese beiden, obwohl Weltmeister 2008 und 2009 im Moment haben, was das nachsehen. Sie müssen diese Rumba für sich entscheiden, sonst könnte es ihnen vielleicht den Titel kosten. Ja. 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 Koteck auch bei Jürgen.